Kurzer Tipp zum Alsamflaschen Quattro. Das Material soll natürlich schön flüssig für euch in der Verarbeitung sein. Wenn das Ganze aber dementsprechend richtig runtergekühlt wurde, durch Lagerhaltung und ähnliches, kann das Ganze so ausschauen. Hier können wir ganz einfach eines tun, mit dem Quill durchrühren, um hier für euch die ideale Viskosität zu erreichen. Das ist ein Baustellentipp, der lässt sich recht schnell umsetzen. So, hier jetzt die Viskosität miteinander verglichen. Materialtemperatur 20 Grad, Materialtemperatur 6 Grad. Nach Aufrühren. Dankeschön.